Was passiert eigentlich, wenn man so dermaßen hart mit einer Nintendo-Klage flirtet, dass selbst Ganondorf rot anlaufen und aufgeregt mit den Beinen wiggeln würde? Naja, manchmal kommt dann vielleicht so ein Spiel wie Perlworld dabei heraus, das schon in den ersten Tagen des Early Access alles hat, was man sich nur wünschen könnte. Es ist auf Steam erfolgreicher als Baldur's Gate 3 und Elden Ring jemals waren, bricht alle Verkaufsrekorde, dominiert Twitch und hat natürlich auch schon seinen ersten eigenen handfesten Skandal im Gepäck. Natürlich müssen wir darüber sprechen, was zur Hölle passiert ist und ob denn jetzt alle dem Wahnsinn verfallen sind und keine besseren Gäste, könnte ich mir dafür wünschen, als erstens mal die Chefredakteurin von MeinMMO und absolute Pokémon-Expertin Leia. Schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Und zum anderen haben wir noch hier den Perlworld-Tester der GamePro und absoluten Pokémon-Vermeider Dennis. Herzlich willkommen. Ja, hi, danke für die Einladung. Ja, ich habe schon festgestellt, ich glaube, wir drei bilden so den perfekten möglichen Zielgruppendurchschnitt. Weil Leia, du spielst schon ein ganzes Leben lang Pokémon. Dennis, du kannst seit vielen Jahren eigentlich nichts mehr damit anfangen. Ich hingegen habe erst vor drei Jahren wirklich angefangen damit und wurde bekehrt und habe dann alles nachgeholt, was nur möglich war. Also wir drei bilden alles ab, was wir möglicherweise abbilden könnten. Das ist ja, und das, obwohl wir das alles hier gerade so spontan machen. Sehr spontan, weil keiner von uns, wir haben gerade im Vorgespräch darüber geredet, hat damit gerechnet, dass Perlworld so groß werden würde. Also wir hatten es alle auf dem Schirm, dass es kommt. Wir hatten auf dem Schirm, dass es sehr viel Interesse generiert. Aber niemand hat damit gerechnet, dass es so dermaßen durch die Decke geht jetzt zum Release des Early Access. Ja, also man hat halt vor ein paar Wochen nochmal die ganzen Trailer gesehen und gesehen, okay, da kommt halt irgendwas raus, was ein bisschen nach Pokémon aussieht, was nach einem schicken Pokémon aussieht. Aber dass es mittlerweile wirklich so ein Hype ist und es ist jetzt nicht nur der ganz normale Hype, wo man sagt, okay, das war jetzt mal über ein Wochenende auf Steam recht groß, sondern es ist halt wirklich mittlerweile, du hast die Zahlen ja eben schon genannt, es ist halt gigantisch. Und ich selbst, bei mir war das Spiel auch wirklich nichts, was ich eigentlich an diesem Wochenende spielen wollte. Eigentlich wollte ich das Fantastische, um es an dieser Stelle nochmal zu sagen, Prince of Persia spielen. Und dann habe ich zig Stunden lang, ja, Pals oder Pokémon oder was auch immer gejagt und mir irgendein spartanisches Lager aufgebaut. Und sehr viele Stunden sind vergangen und irgendwann so hoch, jetzt schon wieder fünf Stunden rum, was man ja dann gerade bei solchen Spielen kennt. Ja, also bei mir hat es eh nicht ausgesehen. Wir hatten es bei meinem MMO auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich persönlich habe auch damit gerechnet, dass es vielleicht so in den Top 10 der Verkaufsscharts erstmal landen könnte. Einfach, weil das Interesse vorher schon sehr groß war über dieses in Anführungsstrichen Pokémon mit Knarren. Aber dass es halt so explodieren würde übers Wochenende, ich glaube, damit hätte auch keiner rechnen können. Und ich habe dann am Sonntag habe ich es mir spontan dann runtergeladen und wollte eigentlich auch nochmal ein, zwei Stunden reingucken. Und dann habe ich meinen Wäscheberg halt liegen lassen und habe tatsächlich den ganzen Tag gespielt, auch komplett ungeplant. Und ich, also es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Gimmick. Also es ist mehr als Pokémon mit Knarren. So viel kann ich schon mal anteasern. Mhm. Aber um das vielleicht mal kurz zusammenzufassen, für alle, die es wirklich noch gar nicht mitbekommen haben, wie kann man es sich denn vorstellen, abseits von, es ist irgendwie Pokémon mit Knarren? Ja, also man kann es eigentlich in so zwei Säulen ganz gut zusammenfassen. Also auf der einen Säule hast du natürlich diese Pokémon, diese 111 Pals, die es im Spiel sind, die du halt Schritt für Schritt sammelst. Aber nebenbei hast du eben auch noch so eine Lagerbaukomponente drin. Also du steigst mit deinem Charakter auf und je nachdem, welche Stufe du erreicht hast, schaltest du eben verschiedene Gebäude in deinem Lager frei und baust dieses Lager immer weiter auf. Und im Lager lässt du eben diese Pals für dich arbeiten. Und dadurch entsteht eben so eine zweite große Sogwirkung. Und der dritte Punkt ist eben auch, das sieht man jetzt ja schon vielleicht in Bildern zum Spiel, das schaut halt auch wirklich auch ganz gut aus. Also es ist kein Spiel, wo man sich denkt, ja meine Güte, wie viele Details sind da drin? Wahnsinn. Aber du guckst halt drauf und denkst dir auch, es ist hübsch. Und oh, da fliegen ein paar hübsche Pals rum und die möchtest du einfach sammeln. Und dadurch entsteht wirklich so eine zweifache Sogwirkung und so eine Motivationsspirale und die hat mich am Wochenende halt wirklich die Stunden vergessen lassen. Also im Kern ist es eher ein Survival-Game. Also es ist nicht, es ist eigentlich weiter weg vom Pokémon als von zum Beispiel im Ark Survival Evolved, als man auf den ersten Blick und von den ersten Trailern denken könnte. Du wirst halt ganz Survival-typisch auf einer Insel rausgelassen, hast erstmal nichts und kommst dann relativ schnell dahin, dass du diese Pals einfach brauchst, um zu überleben. Sie aber auch eine Gefahr für dich darstellen. Und die Pals, es ist wirklich kein typisches Monster-Collector-Game, so wie Pokémon, wo dann, sag ich mal, die Pals selber dann auch ein starker Fokus drauf ist. Ich habe es, glaube ich, bei mir auf dem Twitter selber so zusammengefasst, dass du die Pals eher brauchst, um den Flow der Basis am Laufen zu halten. Das heißt, du sammelst die und sie helfen dir schon relativ schnell, Ressourcen abzubauen und später Nahrung zu erzeugen. Und später geht das Ganze noch viel tiefer, dass du auch noch sie quasi ans Fließband stellen kannst, damit sie für dich zum Beispiel Waffen herstellen. Und das ist, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich eigentlich relativ weit weg vom Pokémon. Ja, und dann mal eine ganz kleine Einordnung, weil du gerade gemeint hast, Survival-Spiel, das stimmt auch. Nur ich hätte es im Wochenende, glaube ich, nicht so lange gespielt, wenn das jetzt so ein Hardcore-Survival-Spiel wäre. Also ja, du musst dir ab und zu alle 10 bis 15 Minuten mal so ein bisschen Nahrung geben und deine Pals brauchen auch ein bisschen Nahrung. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ständig quasi so ein bisschen gegängelt wird mit, ich brauche Nahrung, ich brauche was zu trinken, ich muss schlafen, ich muss sonst was machen. Also es ist relativ limitiert in seinen Hardcore-Survival-Mechaniken. Plus man kann eben auch einige Sachen noch schön ausstellen. Ich habe zum Beispiel sofort ausgestellt, ich glaube, du auch, Lea, dass wenn du stirbst, Sachen verlierst, alle sofort runtergestellt. Das heißt, wenn ich sterbe, warte ich 5 Sekunden, werde im Spiel wieder gespawnt und weiter geht die Jagd. Von daher... Das ist der Schwierigkeitsmodus. Genau. Und das war eben für mich auch wichtig, weil ich mag es gar nicht, wenn da ständig irgendwie ein Balken blinkt oder mich permanent jemand angreift. Also permanent diese Gefahr da ist. Es lässt sich relativ gemächlich spielen. Also gerade auch so Lagerangriffe, das gibt's auch im Spiel, aber das ist relativ easy. Ja, ich habe auch sofort den leichtesten Modus angestellt, ohne dass ich meine Sachen verliere und die Kämpfe ein bisschen leichter sind und so, weil, nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Hey, ich spiele Anno 1800 leidenschaftlich seit vielen hundert bis tausend Stunden. Ich liebe permanenten Stress und immer in Panik zu sein, während ich spiele. Das mag ich gern. Das musst du auf dem schwierigsten Modus spielen. Das ist doch klar, wenn du mal in Perlbold reinguckst. Das muss ich dann wohl machen. Das ist an der Stelle jetzt wohl gesetzt. Wir werden gleich noch mal sehr viel tiefer in alle Punkte einsteigen, aber vorher einmal die kompakte Zusammenfassung, damit wir wissen, was wir gleich alles analysieren. Nämlich die genannten Rekorde, die ich schon erwähnt habe. Dennis, du hast da, glaube ich, die Zahlen einmal parat, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber es wird ja noch weitergehen. Genau, aus dem Zeitpunkt der Aufnahme stehen wir jetzt bei fünf Millionen verkauften Einheiten. Plus das Spiel ist natürlich auch noch im Game Pass drin. Und wir stehen bei aktuell knapp 1,4 Millionen gleichzeitigen Spielerinnen auf Steam, was aktuell das dritterfolgreichste Spiel auf Steam ist. Also davor sind nur noch PUBG mit absurden Zahlen von 3,678 Millionen gleichzeitigen Spielerinnen und eben Counter-Strike 2. Und alles, was da runterkommt, sei es in Baldur's Gate 3, sei es in Hogwarts Legacy, sei es in Cyberpunk, wurde mittlerweile übertroffen. Und das ist schon enorm. Was glaubt ihr, grob zusammengefasst, woher dieser Erfolg kommt? Also was sind so die Teile, die sich summieren zu diesem Phänomen? Ja, da gibt es einiges, was sich summiert. Zum einen gab es schon vorher einen recht hohen Fokus auf Palworld. Also es wird bestimmt auch Leute geben, die es nicht mitbekommen haben. Aber man muss ja auch sagen, dass Pokémon auch eine wahnsinnig große Community ist. Es ist die erfolgreichste Franchise der Welt, Pokémon. Und dieses vorher, da sind jetzt Pokémon mit Waffen, das hat schon einen sehr großen Hype erzeugt. Mehr als Meme-Potenzial. Also als sich lustig machen im Internet über, haha, da kommen jetzt Pokémon mit Waffen. Wie lustig ist das denn? Und da war auch sehr stark im Vorfeld abzuwarten, ob es mehr ist als nur dieses Gimmick. Und als es dann jetzt herausgekommen ist, hat es eben noch andere Sachen vereint. Ich arbeite aktuell an einer Kolumne. Ich hoffe, sie ist jetzt dann auch veröffentlicht, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, die da heißt, da hätte Pokémon schon vor fünf Jahren sein müssen. Sprich, diese Open World, die das Spiel bietet. Das ist ja das, was Pokémon-Fans auch schon seit Jahren wollen. Minus eben der Teil, der eben brutaler ist. Da können wir auch noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Das würde natürlich jetzt nicht in die Nintendo-Franchise passen, dass man Pokémon mit Waffen rumrennen lässt oder eben auch in seiner Basis tatsächlich versklaven kann. Muss man halt auch mal ganz klar so sagen. Das gibt es halt im Pokémon nicht. Aber so dieses, ich kann einfach offen rumlaufen. Ich habe da so ein bisschen Crafting-Sachen, weil gerade so, das sind mit die erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre gewesen. Sei es jetzt ein Walheim, sei es ein Rust. Also Menschen mögen auch einfach so Aufbauspiele in der Richtung. Und es ist ja auch so ein bisschen Sim-like. Und dadurch, dass es jetzt dann am Wochenende da war und auch viele Streamer und Streamerinnen aufgegriffen hatten, weil es sehr streamable ist. Es ist sehr entertaining, einfach auch für einen Twitch-Stream, weil da lustige Sachen passieren können. Es ist aufregend. Es gibt eine Koop-Komponente, wo man sich auch zusammenschließen kann. Also auf Twitch hat das Ganze, du hast es ja in der Anmoderation auch gesagt, sehr starkere Früchte getragen. Unser deutscher Ur-Streamer, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Gronkh, war sogar mit Perlworld der erfolgreichste weltweit jetzt über den Release, über das Release-Wochenende. Da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen, warum da so eine Aufmerksamkeit drauf ist. Und dann ist es tatsächlich mehr als ein Gimmick gewesen. Und das hat sich sehr schnell rumgesprochen, dass es tatsächlich einfach Spaß macht zu spielen. Und ich glaube, über diese Komponenten konnte es dann, übers Wochenende wirklich so hart explodieren, auch wenn ich es immer noch absurd finde, wie hart es explodiert ist. Ja, ich glaube, du legst da den Finger in die Wunde, dass es auf der einen Seite zumindest mechanisch, visuell kommen wir noch dazu, aber zumindest mechanisch gar nicht so viele Ähnlichkeiten dann mit Pokémon am Ende hat und trotzdem irgendwie genau vieles von dem bietet, was seit vielen, vielen Jahren gefordert wird. Also wie du sagst, dass man es online mit Freunden zusammenspielen kann, dass es eben mehr ist als nur dieses klassische bewährte Pokémon-Konzept, dieser klassische Sammelloop von wegen ich sammle meine Pokémon. Und was man auch, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass es sowohl auf PC verfügbar ist, als eben auch auf Nicht-Nintendo-Konsolen und damit eine viel breitere Masse anspricht. Ja, genau. Bei mir ist es auch so ein bisschen so, ich habe auch damals Pokémon Blau gespielt, habe dann die restlichen Pokémon, auch berufsbedingt natürlich alle mal ein bisschen reingeschaut, aber mich hat es halt irgendwann überhaupt nicht mehr gepackt. Es hatte verschiedene Gründe, aber gerade so dieses veraltete technische Grundgerüst plus eben, dass eben viele Neuerungen ausgeblieben sind. Das war bei mir immer so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, es wäre halt mal cool, wenn man mit so vielen Ressourcen einfach mal so ein großes, schönes, hübsches Pokémon entwickeln könnte. Und da habe ich eben ein paar Jahre gesehen und dachte mir so, ist es das vielleicht? Und wir haben ja gerade schon gesagt, okay, es ist nicht nur ein Pokémon, aber es bietet eben über dem ganz normalen Pokémon Grundgerüst eben genau das. Es spricht einen optisch an und es hat eben noch darüber hinaus einfach Mechaniken mit dem Lagerbau und diesem Absurditätsfaktor. Der eben in den Nintendo-Spielen gefehlt hat. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, genau da will ich mal reinschauen und dann spielst du es eben. Und dann, was er ja auch schon gesagt hat, ist es eben einfache, obwohl es erst ein Early-Axis-Spiel ist. Also ich würde sogar mal sagen, man merkt das ziemlich stark, dass es noch ein Early-Axis-Spiel ist. Ist es schon ein richtig gutes Spiel. Eins, was eben auch noch unfassbar viel Potenzial für die nächsten Wochen und Monate hat. Und ja, das kommt eben alles so ein bisschen zusammen. Und dann eben auch noch der Punkt, dass es auch ein Koop-Spiel ist. Ja, also selbst Leute aus meinem Umfeld, die sagen wir mal eher bei Casual-Themen am Start sind, wie, was weiß ich, sagen wir mal in Hogwarts Legacy oder dann irgendwann auch in Baldur's Gate, das ein Mainstream reingetragen wurde. Und selbst da werden die Leute mittlerweile darauf aufmerksam, weil sie es irgendwo gesehen haben. Und okay, es ist ein Koop-Spiel, da kann ich mal reinschauen, auch im Game Pass. Ich gucke mal rein, dann wird es weiter getragen an Leute, die vielleicht den Game Pass nicht haben, vielleicht am PC haben. Und so entsteht dann wie so eine, ja, Schneelawine, wo immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Eben auch durch Twitch, was ihr ja auch schon angesprochen habt. Und ja. Das klingt jetzt alles erstmal nach Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich habe es auch schon erwähnt. Palworld hat jetzt schon einen Rattenschwanz der Kontroversen nach sich gezogen. Sogar ganz verschiedene. Vielleicht könnt ihr einmal kurz, bevor wir da näher einsteigen, zusammenfassen, um was es da geht. Ich denke, das ist auch mit dem Grund übrigens, warum der Erfolg so groß ist. Kontroversen helfen natürlich immer, dass einfach ein Thema präsent ist und die Leute dann darauf aufmerksam werden. Die eine Kontroverse ist natürlich die Ähnlichkeit zu Pokémon. Wie gesagt, von den Designs her, vom Gameplay-Design her relativ weit weg. Aber die Pokémon selber werden, jetzt sage ich es schon selber, die Perls, die Monster in dem Spiel selber werden kritisiert als zu nah dran an einigen Pokémon-Designs. Und da muss ich selber halt auch sagen, als jemand, der die Pokémon-Spiele eben alle, ich habe jeden einzelnen Hauptableger gespielt, seit die Spiele da sind. Ich gehe manchmal auch die Welt und sage, oh guck, da ist ja Evoli, aber in ein bisschen anders. Oh guck, da ist ja dieses Pokémon aber in ein ganz klein bisschen anders. Und da kommen wir dann zum zweiten Punkt dieser Kontroverse, ist der Gebrauch von KI. Also das Studio und auch der Studio-Chef, die haben eine Historie mit KI. Er twittert zum Beispiel auch selber rigoros darüber, wie KI eben auch im Game-Design helfen kann und da vieles vereinfacht. Und jetzt gibt es halt den Aufschrei, dass hier anscheinend nur ein paar Pokémon durch einen Fuser gelegt wurden, also ein paar Pokémon zusammengematscht und daraus dann halt ein neues Design sich ergeben hat. Und zum Teil sehe ich das auch. In anderen Teilen sage ich aber auch, dass es da ein bisschen sehr stark nachgesucht wird. So, oh, dieses Pokémon hat einen Puschelschwanz und dieses Perl hat auch einen Puschelschwanz. Also wurde das von da genommen, auch wenn es halt sehr generische Designs sind. Man muss halt auch sagen, dass Pokémon halt mittlerweile über tausend Monster hat und da wird es vielleicht auch nicht so ganz einfach, da noch Designs zu finden, die halt komplett alles anders machen. Aber einige Sachen sind schon wirklich sehr, sehr nah dran und das sind eigentlich so die zwei großen Kontroversen, dass halt auch einige Leute sagen, ey, so irgendwas durch KI geschmissen sollte man nicht unterstützen. Und das Spiel nimmt halt, so wie Wolf, das habe ich ja zum Beispiel gerade auch schon erwähnt, nimmt halt verschiedene Spiele und macht daraus einen neuen Mix. Aber auch das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, dass man sich inspirieren lässt und daraus was Neues macht. Aber wie gesagt, dieses zu nah am Pokémon-Design und die KI-Kontroverse, die sind auf jeden Fall auch sehr laut im Netz. Ich freue mich sehr darauf, gleich noch in dieses ganze Design-Thema einzusteigen, weil da steckt noch so viel drin und ich als designaffiner Mensch habe da sehr, sehr viele verschiedene Gedanken zu. Deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn wir gleich in alles, was wir jetzt angerissen haben, noch tiefer einsteigen. Ich danke euch beiden erstmal für diese kompakte Zusammenfassung und Einordnung hinter einem wahrscheinlich der jetzt schon kuriosesten Releases des Jahres. Wir sprechen gleich noch weiter darüber, was genau jetzt hinter der Kontroverse steckt, wie ihr es fandet und warum Palworld jetzt trotz all dieser Skandale Pokémon irgendwie ziemlich heftig in die Kniescheibe tritt. Und dafür springt doch sehr, sehr gern einfach mal rüber auf unseren zweiten Kanal Gamestar Talk, wo ihr die lange Version dieses Talks direkt weiterschauen könnt. Macht's gut!